Hallo und herzlich willkommen. Wir sprechen im Rahmen der Wingsnet-Talks seit einigen Wochen, Monaten muss man inzwischen sagen, mit Menschen, die im Kontext der Corona-Krise besondere Aufgaben leisten, die sich um bestimmte Zielgruppen kümmern, die besonders betroffen sind von der Krise und ich freue mich, dass heute Susanne Hampel quasi hier am Bildschirm ist. Sie ist aktiv im Verein Bellis, aber auch schon ganz, ganz lange aktiv in feministischen Zusammenhängen hier in Leipzig und genau das soll auch unser Thema sein. Es wurde ja relativ zu Beginn der Krise schon auch gewarnt, dass durch Corona das Thema häusliche Gewalt, also häusliche Gewalt zunehmen wird, was für manche Familien vielleicht eine schöne Zeit war, kann für andere tatsächlich zum Horror werden, insbesondere Frauen. Und bevor wir jetzt sozusagen über euer konkretes neues Projekt sprechen, vielleicht erstmal die allgemeine Frage, haben sich die Befürchtungen aus deiner Sicht, nach deiner Kenntnis bewahrheitet? Wie sieht es aus? Gibt es mehr häusliche Gewalt? Haben sich mehr Menschen gemeldet? Also, das ist eine schwierige Frage, die man so pauschal wie immer natürlich nicht beantworten kann. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Genau, also ich arbeite relativ viel in Bundeszusammenhängen, also deutschlandweite Zusammenhänge und bekomme dort Informationen über Betroffenenzahlen, also wer meldet sich, wer meldet sich nicht. Und dann war am Anfang relativ deutlich, dass es wesentlich weniger Menschen waren, die sich gemeldet haben, also wesentlich weniger Frauen, die die Hilfeeinrichtungen in Anspruch genommen haben. Was klar war, ja, weil eben aufgrund der Kontaktbeschränkungen, der enge teilweise in den Wohnungen, der stärkeren sozialen Kontrolle, die natürlich dadurch auch stattfindet, die Zahlen massiv zurückgegangen sind. Viele der Beratungseinrichtungen oder alle Beratungseinrichtungen haben natürlich auch gesagt, eine direkte Vorortberatung können wir nicht mehr durchführen und waren dann teilweise sehr viel über Telefon zu erreichen oder eben auch über Video, also oder über irgendwelche anderen Möglichkeiten des Chats. Und aber dennoch wurde deutlich, da ist erst mal nicht so viel, ja. Mittlerweile verändert sich das wieder ein bisschen, dass sozusagen jetzt, wo es, wo die Betroffenen oder wo Betroffene eben wieder raus können, sich da wieder die Zahlen normalisieren, sage ich mal. Aber es ist jetzt kein signifikanter, extremer Anstieg zu beobachten aus Sicht der Beratungseinrichtungen. Mhm. Woran könnte das liegen? Also, oder vielleicht nochmal anders verknüpft? Es ist ja gemeinhin so, dass nur ein Bruchteil der Betroffenen, und das sind vor allem Frauen, keine Anzeige erstatten. Siehst du hier auch das Problem nochmal jetzt in der Zeit genau so auftauchen? Es wird sich ja nicht ändern, ne? Das, die Anzeige... Das ist ja gut, oder eher, dass die Zahlen, also dass die Zahlen zugenommen haben, ja, die Zahlen der Betroffenheit, aber das sozusagen im Hilfesystem, die teilweise noch nicht ankommen, ja. Das, ja, das hat was damit zu tun, dass die Ressourcen, die Frauen brauchen oder die Menschen brauchen, um sich aus einer Gewaltsituation heraus zu lösen, beziehungsweise um Hilfe zu bitten, die sind eben da nicht da, ja. Also, ich kann eben nicht unauffällig mal eben zum Telefon greifen, ich kann nicht mal eben mit den Kindern woanders hingehen, weil eben sozusagen die Enge der Verhältnisse, und da meine ich jetzt gar nicht die enge Wohnung nur, ne, aber sozusagen, dass es nicht möglich ist, so sich Freiräume zu schaffen, und dann eben diese Schritte zu wagen. Denn in die offene Konfrontation zu sagen, so, ich gehe jetzt, oder ich rufe jetzt die Polizei, das führt, und das wissen viele Menschen aus eigener Erfahrung, das wissen aber auch viele Menschen rein intuitiv, das führt zu einer massiven Eskalation, und das wagen viele nicht. Und deswegen ist es zunächst mal aus meiner Sicht überhaupt nicht verwunderlich, dass die Zahlen da so runtergegangen sind. Also können wir schon in der nächsten Zeit jetzt auch schauen, ob sich da noch was entwickelt, ne, und ob zum Beispiel die zusätzlichen Kapazitäten, die ja auch in Leipzig aufgebaut wurden, zum Beispiel doch noch benötigt werden. Jetzt passt das ja aber vielleicht auch gut, der Verein Bellis, in dem du jetzt sozusagen arbeitest, ist ein relativ junger Verein, und ihr seid Flieger, das muss ich jetzt ablesen, für ein Modellprojekt mit medizinischer Soforthilfe nach Vergewaltigung und häuslicher Gewalt. Und das ist natürlich jetzt interessant, was verbirgt sich dahinter, was ist das für ein Modellprojekt? Genau, das Modellprojekt, das wir haben, ist ein Modellprojekt, was weniger direkt die Betroffenen adressiert, sondern eher das medizinische Hilfesystem. Und zwar gibt es die Erfahrungen, und ich habe 15 Jahre, in der direkten Beratungsarbeit war ich tätig, und da gibt es schlicht und einfach die Erfahrung, dass Betroffene im medizinischen Hilfesystem entweder gar nicht erst ankommen, oder dort relativ schlechte Erfahrungen machen. Zum Teil machen sie auch gute Erfahrungen, das will ich gar nicht, also so total verallgemeiner kann ich das natürlich nicht. Aber sie machen eben teilweise sehr schlechte Erfahrungen, dass Medizinerinnen und Mediziner im Endeffekt selber auch gar nicht genau wissen, wie ist die Rechtslage. Also es gibt immer wieder Äußerungen, dass wenn sich betroffene Frauen oder auch Männer in Kliniken melden, in der Notaufnahme, dass dann gesagt wird, also wenn bei Vergewaltigung, dann müssen wir auf jeden Fall die Polizei hinzuziehen, was nicht stimmt. Ja, also das ist alleine schon, das ist ein Punkt, ja die medizinische Behandlung kann auf jeden Fall stattfinden, auch wenn da nicht die Polizei mit dabei ist. Es gibt viele Unsicherheiten, weil das natürlich auch in einer Notaufnahme nicht das tägliche Handwerk ist sozusagen, also Vergewaltigung und auch häusliche Gewalt sind jetzt nicht, die fallen jetzt nicht ständig in Massen, kommen die zu den Notaufnahmen, die betroffenen Leute, sodass da wenig Routine ist in der Arbeit. Und unser Ansatz bei Bellis ist sozusagen die Mediziner, Medizinerinnen zu schulen und zwar kontinuierlich zu schulen. Also immer wieder, damit sozusagen auch die Fluktuation in den Krankenhäusern entsprechend aufgefangen wird und ein standardisiertes Vorgehen zu etablieren in möglichst vielen medizinischen Einrichtungen der Untersuchung, aber auch der Befunddokumentation. Ja, also dass sozusagen Betroffene die Möglichkeit bekommen, ihre Spuren sichern zu lassen, die Verletzungen dokumentieren zu lassen, damit sie dann, falls sie nach einer gewissen Phase der Erholung zu der Entscheidung kommen, ich möchte jetzt doch eine Anzeige machen, dass die Spuren dann da sind und dass die so dokumentiert sind und so asserviert sind, dass sie auch wirklich noch verwendbar sind. Genau. Du sprichst es an. Es gibt, glaube ich, seit letztem Jahr in Bezug auf diese Spurendokumentation eine neue Gesetzeslage. Vielleicht kannst du uns nochmal erklären, was das Problem war und was vielleicht jetzt anders werden könnte. Genau. Also das Lustige ist sozusagen das Masernschutzgesetz und über das wir jetzt gerade reden sozusagen. Es gibt eine Gesetzesentscheidung oder es gibt ein Gesetz, ich sag mal so, das quasi angehängt wurde als fachfremdes Anhängsel an das Masernschutzgesetz. Sodass, wenn ich jetzt vom Masernschutzgesetz rede, wir über die vertrauliche Spurensicherung reden. Die vertrauliche Spurensicherung ist da geregelt worden und zwar die Finanzierung der vertraulichen Spurensicherung, weil die bisher überhaupt nicht geklärt war. Das heißt, man konnte die vertrauliche Spurensicherung machen lassen, aber nur, wenn das Krankenhaus sozusagen so nett war, ich sag das mal, so nett war und es gemacht hat. Oder es halt bei einer Rechtsmedizin angebunden war und der Versuch jetzt durch dieses Gesetz ist, die vertrauliche Spurensicherung für alle zugänglich zu machen, indem man sagt, die ist finanziert und es ist quasi im Endeffekt eine Kassenleistung, die Betroffenen in Anspruch nehmen können. Sodass das organisiert ist und es Mediziner, Medizinerinnen und den entsprechenden Einrichtungen leichter fallen sollte, das dann auch zu machen. Und jetzt geht es sozusagen darum zu gucken, wie kann das in den einzelnen Bundesländern umgesetzt werden. Das heißt, wir haben jetzt das Bundesgesetz und jetzt muss es auf die Landesebene runtergebrochen werden sozusagen. Und da gibt es jetzt in den ganzen Bundesländern Verhandlungen, wie das auszugestalten ist. Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es von deiner, von eurer Seite aber Kritik sozusagen auch an der neuen Gesetzgebung. Ist ein Schritt nach vorne, kann man sagen, aber nicht. Also es ist auf jeden Fall ein gewaltiger Schritt nach vorne, weil, also wir sagen immer, das ist das Spahn-Gesetz, weil Herr Spahn da schon ein ganzes Stück nach vorne geprescht ist. Ja, der hat einfach gesagt, wir regeln das jetzt, wir finanzieren das jetzt, aber es sind eben teilweise Elemente nicht finanziert. Ja, also das ist jetzt ein bisschen klein-klein, wenn ich das jetzt, das ist erörter, aber es gibt sozusagen Bereiche, die sind finanziert und manche Bereiche sind nicht finanziert. Und aus Sicht der betroffenen Frauen und Männer macht es keinen Sinn, das nicht zu finanzieren, ja, weil sozusagen es eigentlich eine Komplettleistung sein muss. Und da sind wir jetzt sozusagen auf Landesebene gerade dabei zu versuchen, dass wir das als Komplettpaket hinkriegen. Und ich habe den Eindruck, das sieht eigentlich ganz gut aus, ja. Und was ich im Moment auf Landesebene gut finde, auch in mehreren anderen Bundesländern ist es auch so, dass das eben jetzt nicht nur wieder ein Ressort ist, was sich darum kümmert, sondern dass eben selbst bei dieser Gesetzgebung es darum geht, mehrere Aktive oder so Akteure, Akteurinnen an einen Tisch zu kriegen, die dann gemeinsam überlegen, was könnte sinnvoll sein. Und von daher ist es schon innovativ, was da gerade passiert, finde ich. Ja, und ich bin mal gespannt, was dabei auskommt. Eure Modellprojekt läuft jetzt drei Jahre für das Gebiet der Polizeidirektion Leipzig, finanziert vom Sozialministerium, was… Nein, oder? Jetzt nicht mehr? Ja, es wird im Endeffekt über das Justizministerium, über Gleichstellung, ja, das ist ja da jetzt drangehängt. Genau. Was erwartet ihr vielleicht von dieser Projektlaufzeit? So, was könnt ihr erreichen in dieser Zeit? Was wollt ihr erreichen? Also, was wir erreichen können ist, wir wollen möglichst viele medizinische Einrichtungen erreichen, dass die sagen, ja, wir machen mit bei diesem Modellprojekt, wir machen mit bei der medizinischen Soforthilfe. Ja, dass wir nicht nur ein Krankenhaus haben und alle müssen dahin, sondern dass wir möglichst ein Netz aus verschiedenen Einrichtungen haben, die alle nach dem gleichen Schema arbeiten und die alle Ahnung haben, wie das mit der vertraulichen Spurensicherung geht oder der verfahrensunabhängigen Spurensicherung und dass wir dann in der Lage sind, oder dass dann die Betroffenen in der Lage sind, relativ zeitnah und auch entfernungsnah, ja, diese Hilfen in Anspruch zu nehmen. Wir erhoffen uns, also wir haben eine ganze Reihe von Ressourcen, um eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit auch zu machen zum Thema Vergewaltigung und häusliche Gewalt. Und wenn wir uns die beiden Themenbereiche, im Endeffekt zwei Themenbereiche anschauen, da gibt es im Bereich häusliche Gewalt geht so, ist eine ganz adäquate Ausstattung, also auch nicht ausreichend, aber ist okay, was hier in Sachsen ist, aber im Bereich Vergewaltigung und sexuelle Nötigung ist die Hilfelandschaft ganz, ganz furchtbar schlecht und also weil es einfach viel zu wenig Einrichtungen gibt, viel zu wenig Personalressourcen und also da kann man auch nicht mal von einem Netz, von einem weitmaschigen Netz sprechen, ja, das sind nur so zwei Bogen, ja, also kleine Bürgileinchen, ja, und was mir sozusagen ganz wichtig ist, es deutlich zu machen, der Bedarf ist wesentlich höher, ja, wir brauchen viel mehr Beratungsangebote, fachspezifische Beratungsangebote für Betroffene, weil wir die Erfahrung gemacht haben beim Bereich häusliche Gewalt, dann, wenn die Beratungsangebote oder die Ansprache auch da ist, ja, dass dann die Menschen sich auch melden, dass die dann auch kommen, ja, und von daher setze ich sehr viel darauf, dass wir halt mit im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit und im Rahmen vom Ausbau auch der Beratungskapazitäten es erreichen, dass sich gerade Betroffene von Vergewaltigung trauen, sich an das Hilfesystem zu wenden und das ist sozusagen der Effekt, den ich mir erhoffe, dass sozusagen die Betroffenen mehr Mut haben und Vertrauen auch, Vertrauen in die Hilfesysteme und überhaupt wissen, dass es ein Hilfesystem gibt, ja, und dass sie nicht denken, bei der Vergewaltigung muss ich auf jeden Fall zur Polizei gehen, das kann man machen, aber das ist nur eine Möglichkeit, mir ist es wichtig, dass Betroffenen vor allen Dingen geholfen wird, dabei ihre wichtigsten Probleme oder ihre Fragen sozusagen beantwortet zu bekommen, und das ist in der Regel, gerade bei vergewaltigten Frauen die Frage, bin ich schwanger, habe ich mich infiziert, habe ich Verletzungen, das sind eigentlich die drei Themen, die Betroffene interessieren und da nützt die Polizei nicht viel, das sage ich mal, ja, da nützt auch im Endeffekt die psychosoziale Beratung nicht viel, die brauchen ein adäquates Hilfesystem, ein medizinisches Hilfesystem und wenn wir das schaffen, wenn wir das in den drei Jahren hinkriegen in unserer Modellregion, da haben wir unglaublich viel erreicht, um es dann auf ganz Sachsen zu übertragen, das ist sozusagen das hehre Ziel, dass wir das hinkriegen und das hoffe ich ganz sehr, dass das so funktioniert, wie wir uns das überlegt haben. Wunderbar, war eigentlich ein gutes Schlusswort, ich hätte sozusagen noch gefragt, was Betroffene machen können, aber das kann man sozusagen so einpunktmäßig auch nicht beantworten, du hast es gut formuliert, das Netz muss da sein, die Ansprechstellen müssen da sein, Öffentlichkeit und Vertrauen müssen da sein. Genau, da muss es. Ja, danke. Okay. Für das Gespräch. Einen schönen Tag, die Woche, vielen Dank. Gutes Wirken, danke. Danke, bis dahin, tschüss. Danke, bis dahin, tschüss.